Aktuell geht alles etwas langsamer als gewohnt. Auch wir begegnen jeden Tag neuen Aufgaben, Fragen und Unsicherheiten, doch das Wichtigste ist für uns der Blick nach vorn. Jede Krise bietet auch Chancen und steht für etwas Neues. Wir finden zu uns selbst zurück, werden kreativer, besinnen uns auf das, was uns ausmacht, lassen alte Gewohnheiten fallen und strukturieren uns neu. Vielleicht ist eine positive Konsequenz dieser Situation, dass die Lieferrhythmen sich den Saisons real anpassen und wir Sommerkleidung im Sommer verkaufen und Winterkleidung eben im Winter. Trotz aller schlimmen Meldungen bleiben wir positiv, halten zusammen und hoffen auf ein baldiges, gesundes Wiedersehen mit Freunden und Kunden. Annette Görz Aktuell geht alles etwas langsamer als gewohnt. Auch wir begegnen jeden Tag mal Aufgaben, Fragen und Unsicherheiten, doch das Wichtigste ist für uns der Blick nach vorne. Jede Krise bietet auch Chancen und Strukturieren etwas Neues. Wir finden zu uns selbst zurück, werden kreativer und besinnen uns auf das, was uns ausmacht. Lassen wir die Gewohnheiten fallen und strukturieren uns neu. Gleich ist eine positive Konsequenz dieser Situation, dass die Lieferrhythmen sich den Saisons real anpassen und wir Sommerkleidung im Sommer verkaufen und Winterkleidung im Winter. Trotz aller schlimmen Meldungen bleiben wir positiv, halten zusammen und hoffen auf ein baldiges, gesundes Wiedersehen mit Freunden. Anette Görz Aktuell geht alles jetzt in das Zimmer als gewohnt. Ansonsten Also Ansonsten 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 Sommer verkaufen und Winterkleidung eben im Winter. Trotz aller schlimmen Meldungen bleiben wir positiv, halten zusammen und hoffen auf ein baldiges, gesundes Wiedersehen und Freunde und Kunden. Annette Götz Untertitelung des ZDF, 2020 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 Annen wir das. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aktuell geht alles etwas langsamer als gewohnt. Auch wir begegnen jeden Tag neuen Aufgaben, Fragen, Unsicherheiten, doch das Wichtigste ist für uns der Blick nach vorn. Jede Krise bietet auch Chancen und steht für etwas Neues. Wir finden zu uns selbst zurück, werden kreativer, besinnen uns auf das, was uns ausmacht, lassen alte Gewohnheiten fallen und strukturieren uns neu. Vielleicht ist eine positive Konsequenz dieser Situation, dass die Lieferrhythmen sich den Saisons real anpassen und wir Sommerkleidung im Sommer verkaufen und Winterkleidung eben im Winter. Trotz aller schlimmen Meldungen bleiben wir positiv, halten zusammen und hoffen auf ein baldiges, gesundes Wiedersehen mit Freunden und Kunden. Annette Götz Untertitelung des ZDF, 2020 Aktuell geht alles etwas langsamer als gewohnt. Auch wir begegnen jeden Tag neuen Aufgaben, Fragen, Unsicherheiten, doch das Wichtigste ist für uns der Blick nach vorn. Jede Krise bietet auch Chancen und steht für etwas Neues. Wir finden zu uns selbst zurück, werden kreativer, besinnen uns auf das, was uns ausmacht, lassen alte Gewohnheiten fallen und strukturieren uns neu. Vielleicht ist eine positive Konsequenz dieser Situation, dass die Lieferrhythmen sich den Saisons real anpassen und wir Sommerkleidung im Sommer verkaufen und Winterkleidung eben im Winter. Trotz aller schlimmen Meldungen bleiben wir positiv, halten zusammen und hoffen auf ein baldiges, gesundes Wiedersehen mit Freunden und Kunden. Anniere Gürz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020